Jo yeah und Willkommen! Hm, heute Morgen habe ich bemerkt, dass wir die 400 Abonnenten geknackt haben. Und das ganz Besondere ist nämlich, dass ich heute auch noch Geburtstag habe und jetzt 16 bin. Ja, habe ich schon in die Info reingeschrieben, 400 Abonnenten heute am 19.08. Ihr könnt euch vielleicht auch erinnern, vor einem Jahr habe ich auch ein Video gemacht als Geburtstags-Special. Ich würde sagen, wir klicken das gleich nochmal an. Gucken wir uns nochmal die meistangesehensten Videos an, welche das sind. Die werde ich jetzt nicht genau zeigen. Und, jo, am 11.10.2013 haben wir die 100 Abonnenten geknackt. Und, 3 Monate später die 200 Abonnenten und ja, jetzt innerhalb 7 Monate haben wir, 7 Monate minus 1 Tag, haben wir dann das Doppelte auch schon geschafft. Und, jo, da würde ich mal sagen, ab auf Videos klicken. Das ist übrigens das neueste Video. Der Oricon Dailies wäre auch cool, wenn ihr euch das mal anguckt. Und, ja, das meistgesehenste Video ist das Video der Top Ten der Sith Lords. Ähm, ja, klickt mal drauf. Guckt es euch mal an. Hier ist auch eine Beschreibung, die auf den letzten Punkt voll ist. Na, komm schon. Ich glaube, ich hätte mir eine neue Internetleitung wünschen können. So, ähm, da steht über jeden Sith Lords steht ja was. Darth Raven und, ähm, Lord V. Tate stehen sogar relativ wenig. Ich hätte hier noch das Doppelte am Roman schreiben können. Und, ja, dann auf jeden Fall das nächste Video ist, wie mein Sith Hexer Lord V. Tate Level 55 wurde und wie man halt schnell levelt. Guckt es euch an. Brauche ich jetzt nicht aufrufen. Dann die Trailer zu SWTOR. Movie Duells. Weil es wahrscheinlich einige nicht hier kennen, mache ich mal ganz kurz ein Video. Oder öffne es kurz. Okay, das alte Intro. Hört man mich überhaupt? Okay, ich glaube, ich ist der Walkthrough, genau. So. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ein bisschen hier nach vorne. Ähm. Spiel von 2005, meine ich. Da ist, ja, man hört mich im Hintergrund leise. Als ob ich flüster. Ähm, ja, man konnte Jango Fett spielen. Ähm, ich sag's mal kurz, Jedi Academy. Das ist so ein Spiel, wo man in der Zeit nach so 6. Episode spielt. Ähm, das ist halt ein Mod dafür, damit man die Filmsachen alle nachspielt und so. What's this? Jo, und das hat halt 2003, ne? So. Ah, genau. Das wollte ich mal angucken. Sit and visit there. Ja. Erste ist Vitor. Let's Play. Blablabla. Ich bin 16 geworden. Ich glaube, ich höre mich da an wie 6. Okay. Okay. Jo, hallo und herz. Okay. Ich bin wieder zurück. Jo. Wie mein Hygienhüter, der 55 wurde, ist auch ganz schön. Willkommen zu. Und yo, Hannover gegen Braunschweig. Da war's. Ja, ja, ja. Hier, okay, hierzu wollte ich auf jeden Fall noch mal was sagen. Ähm. Bei welcher Minute war das? So. Äh. Geh mal kurz auf Anmerkungen. Und dann. Jo, yeah. Ich hab auch noch einen Anruf. Ich mach mal ganz kurz einen Cut. Denken, was damit gemeint ist. So, Anruf erfolgreich. Ja, wollt ihr noch was sagen hier? So, genau, da war ich mal vorne. Äh, was ich noch sagen wollte. Hier war ich hier kurz auf die Anmerkungen. Ähm. Hier. Ich weiß, ich habe es falsch gemacht. Ich hab's angeklickt. Ich hab hier auch noch mal einen Kommentar hingeschrieben. Ich könnte ihn jetzt am liebsten ganz groß ziehen. Na, was ist mit der Ende der Verbindung? Sag. So. Und die Schrift mache ich... Größe mache ich jetzt am liebsten auf... ...und... ...28. So. Ich weiß, ich hab's angeklickt und der Händler war noch geöffnet und ich hab's wieder verkauft und ja, ich weiß es. Alte Scheiß, ich hatte da gerade mal 500.000 Crids. Haha. Mein Gott. Ähm. Naja, okay, dann würde ich sagen, war... Ähm. Erst mit diesem... ...Credit Guide. Guckt es euch auf jeden Fall an. Mittlerweile habe ich 10 Millionen, ne? Ich hab hier auch ein paar Crids Lessons verschenkt. Und... Ja. Was kann man noch sagen? Oder was ist der Maristrum Gefängnis? Jeder Tag in meinem Restaurant... Hier ist das Intro. Und ja, auf jeden Fall Ankündigung schon mal für die Zukunft. Ihr seht, vielleicht ist hier schon was geöffnet. A.O.A.S. 2 Forgotten Empires. Kennt ihr Age of Empires? Ich sag nur Online. Multiplayer. Wie auch immer. Und ja. Auf jeden Fall soll demnächst auch Harry Potter wieder kommen. Hab letztens wieder einen Kommentar dazu bekommen. Movie Duells. Schreibt doch mal unter dieses Video, was ihr... ...äh... ...alles noch sehen wollt. Was ich schon angefangen habe. Jetzt... W.O.W. Okay, die machen... Mach ich weiter, natürlich. Attentäter wird morgen oder heute noch aufgenommen. Okay, heute kommt auf Feier. PvP ist immer fleißig am Produzieren. Und ähm... Ja, die... Storyende muss ich mich immer hinbearbeiten. Movie Duells. Wenn ihr sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall. Und... Harry Potter und der Stein der Weisen. Und ich kann auch, ähm... Heiligtumma des Todes Part 2. Komplett. Let's Playen. Habe jetzt das Game. Bisschen länger schon, aber... Kann ich auch schon Let's Playen. Ich kann auch... Need for Speed, äh... Most Wanted 2. Let's Playen. Ganz, ganz, ganz viel Star Wars Let's Playen. Battlefront 2 auch. Können wir auch, äh... Multiplayer mal machen. Ähm... Ja, ich würde sagen... Krotor, ja... Geht mal auf den Kanal von meinem Bruder. Ähm... Facecam. Kurze Ansprache. Ich habe auch schon eine Webcam gekauft. Vor... Monat. Habe auch schon ein Video aufgenommen. Ging aber leider... Ähm... Was wollt ihr noch irgendwas Besonderes haben? Irgendwie... Keine Ahnung... Kommentare lesen, Kommentar, bla bla bla... Oder... Wie auch immer. Ähm... Lasst euch was einfallen. Und... Noch mehr einfallen lassen für die Zukunft, was noch mehr Let's Playen kann. Hamachi ist übrigens auch schon geöffnet. Vielleicht seht ihr es gerade. Ähm... Jo. Da sage ich nur noch. Ciao, bis zum nächsten Part. Und dann... Kommentiert und abonniert. Damit wir noch mehr Abonnenten bekommen. Und ihr nichts verpasst. Und übrigens... Will ich nochmal kurz ein Danke sagen. Denn... Wir haben... Na, was ist denn das für eine Anzeige? Denn wir haben jetzt seit kurzem... Haben wir auch ein Kanal... Logo hier unten. So. Dazu danke... Und schickt dein Gefährten auf. Danke an Freaky Jones nochmal. Ich habe auch ein Video zu ihm gemacht. Sie. Und auch danke zu dem Kanal Banner. Welches er ebenfalls erstellt hat. Zeigt es auch nochmal. Hier ist übrigens irgendwo das Video. Hier, das hieß Kanal Banner. Der Kanal. Keine Ahnung. So, äh... Das Video. Hier genau. Freaky Jones. Und dann... Kommentiert und abonniert nochmal. Ähm... Teilt auf jeden Fall diesen... Mein Kanal. Und dann... Jo. Zu Gilden der... Royal Guard. Da tut sich sehr viel. Ähm... Einige wurden rausgeschmissen. Also keine Noobs mehr. Drinnen. Und dann... Ciao und bis zum nächsten Part. Ciao. OK. Freundin. 橋 Bellet. Warner